So, wir sind heute in Olten und haben einen kleinen Überraschungsbesuch bei der Chlohe von Hüftpulten. Das ist das, wo ich jede Menge von habe. Und lasst euch überraschen, das wird sich sicher auch. Hallo, Chlohe, darf ich Chlohe sagen? Ich bin Andreas. Ich bin Chlohe. Wir haben dich gefunden. Schön. Und wir haben eine kleine Überraschung, die vielleicht dir nicht alles wiedergeben kann, was du verpasst hast. Warte, uns ist ein Fehler passiert. Uns ist ein Fehler passiert, das ist noch nie passiert. Und wir sagen, man muss zu denen stehen, wenn man Fehler macht. Und das wirklich tut mir selber von Herzen leid. Und du gehörst sogar zu den Gewinnern. Ja. Und das wollte ich dir nicht per Mail und nicht am Telefon dir sagen, sondern vorbeikommen. Es ist zwar nicht die große Bühne, aber die Magnumflasche gehört trotzdem dir. Und das kann ich für alles entschädigen, aber du bist mit auf dem ersten Platz. Ja, das freue ich mich. Doch, das ist wirklich so. Das ist dein Kreuz. Das ist dein Gewinn. Und wir werden uns auch noch anders überlegen, wie wir dir noch sorry sagen können. Danke. Ich habe gerade überrascht. Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Uns wird ja immer froh geworfen, dass nur die Grossen aus Zürich gewinnen können. Aber das stimmt nicht. Das ist jetzt so ein Paradebeispiel. Jemand, der mit Leidenschaft das tut, was er tut und damit Erfolg hat. Und das sind ja eigentlich auch genau die Unternehmen, denen wir mit besser auf eine Plattform gehen wollen. die sonst eigentlich keine haben. Es ist gerade alles sehr überwältigend. Jemand hat nicht mit dem gerechnet, dass sie heute so überrascht wird. Es ist alles noch etwas unreal. Genau.